Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Sachte, sachte. Ah! Oh, das hätten wir. Das hätten wir. Danke, danke vielmals. Und weiter. So, jetzt schön aufmachen. Irgendwas Neues. Es ist gefährlich. Was ist das? Okay, höchste Alarmbereitschaft, gefährlicher Geruch, meine Freunde. Sekunde, was ist das? Das ist Ekel. Sie beschützt Riley hauptsächlich davor, vergiftet zu werden. Körperlich und gesellschaftlich. Das ist weder bunt noch in Dinosaurier. Vorm Augenblick, Leute. Das ist Brokkoli. Tja, ich habe uns gerade das Leben gerettet. Ja, keine Ursache. Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Very nice, okay? It looks like you got it. Very good. Scharp tone. No! Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Danke. Danke, danke. Vielmals. Thank you, thank you. Thank you very much. Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Sachte, sachte. Ah! Oh, das hätten wir. Das hätten wir. Danke. Danke, vielmals. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Keep it up. Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Sachte, sachte. Ah! Oh, das hätten wir. Das hätten wir. Danke, danke vielmals. Und weiter. So, jetzt schön aufmachen. So, jetzt schön aufmachen. Now, open up. Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Sachte, sachte. Ah! Oh, das hätten wir. Das hätten wir. Danke, danke vielmals. Und weiter. So, jetzt schön aufmachen. Hm, irgendwas Neues. Hm, irgendwas Neues. Hm, something new. Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Sachte, sachte. Ah! Oh, das hätten wir. Das hätten wir. Oh, das hätten wir. Danke, danke vielmals. Danke, danke vielmals. Und weiter. So, jetzt schön aufmachen. Hm, irgendwas Neues. Es ist gefährlich. Was ist? Es ist gefährlich. Is it dangerous? Ah. Okay, höchste Alarmbereitschaft. Gefährlicher Geruchmeister. Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Nein! Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Sachte, sachte. Ah! Oh, das hätten wir. Das hätten wir. Danke, danke vielmals. Und weiter. So, jetzt schön aufmachen. Hm, irgendwas Neues. Ist es gefährlich? Was ist das? Ah. Okay, höchste Alarmbereitschaft. Gefährlicher Geruch, meine Freunde. Sekunde, was ist das? Oh, hi, Lord. That is a dangerous smile, my friends. What is that? Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Sachte, sachte. Ah! Oh, das hätten wir. Das hätten wir. Danke, danke vielmals. Und weiter. So, jetzt schön aufmachen. Hm, irgendwas Neues. Ist das gefährlich? Was ist das? Okay, höchste Alarmbereitschaft. Gefährlicher Geruch, meine Freunde. Sekunde, was ist das? Das ist Ekel. Sie beschützt Riley hauptsächlich davor, vergiftet zu werden. Körperlich und gesellschaftlich. Das ist Ekel. Sie beschützt Riley hauptsächlich davor, vergiftet zu werden. Körperlich und gesellschaftlich. That's disgust. She basically keeps Riley from being poisoned, physically and socially. Beschützen, to defend, hauptsächlich. Basically, we are gifted to poison. Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Sachte, sachte. Ah! Oh, das hätten wir. Das hätten wir. Danke, danke viel. Und weiter. So, jetzt schön aufmachen. Hm, irgendwas Neues. Ist das gefährlich? Was ist das? Okay, höchste Alarmbereitschaft. Gefährlicher Geruch, meine Freunde. Sekunde, was ist das? Das ist Ekel. Sie beschützt Riley hauptsächlich davor, vergiftet zu werden. Körperlich und gesellschaftlich. Das ist weder bunt, noch in Dinosaurierform. Augenblick, Leute. Das ist Broccoli. Das ist weder bunt, noch in Dinosaurierform. Augenblick, Leute. Das ist Broccoli. That is neither brighty color nor shaped like a dinosaur. Wait. That is Broccoli. Wieder, noch. Nieder, noch. Augenblick. Wait. Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein! Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Sachte, sachte. Ah! Oh, das hätten wir. Das hätten wir. Danke, danke viel. Und weiter. So, jetzt schön aufmachen. Hm, irgendwas Neues. Ist das gefährlich? Was ist das? Okay, höchste Alarmbereitschaft. Gefährlicher Geruch, meine Freunde. Sekunde. Was ist das? Das ist Ekel. Sie beschützt Riley hauptsächlich davor, vergiftet zu werden. Körperlich und gesellschaftlich. Das ist weder bunt, noch in Dinosaurierform. Augenblick, Leute. Das ist Broccoli. Tja, ich habe uns gerade das Leben gerettet. Oh, ja. Keine Ursache. Tja, ich habe uns gerade das Leben gerettet. Ja, keine Ursache. Jaki, I have just saved our lives. Yeah, you're welcome. Grad, just, ready to rescue. Keine Ursache. No problem. You're welcome. Sehr schön. Okay, so könnte es gehen. Sehr gut. Ah, schaffe Kurve. Nein, nein, nein. Das ist Angst. Er ist echt gut darin, auf Riley aufzupassen. Sachte, sachte. Ah! Oh, das hätten wir. Das hätten wir. Danke, danke viel. Und weiter. So, jetzt schön aufmachen. Hm, irgendwas Neues. Ist das gefährlich? Was ist das? Okay, höchste Alarmbereitschaft, gefährlicher Geruch, meine Freunde. Sekunde, was ist das? Das ist Ekel. Sie beschützt Riley hauptsächlich davor, vergiftet zu werden. Körperlich und gesellschaftlich. Das ist weder bunt, noch in Dinosaurierform. Augenblick, Leute. Das ist Broccoli. Tja, ich habe uns gerade das Leben gerettet. Ja, keine Ursache.